Wegen des Corona-Virus leben aktuell viele Menschen in Quarantäne. Aber was bedeutet das eigentlich, Quarantäne? Wenn jemand unter Quarantäne gestellt ist, darf diese Person für eine gewisse Zeit keinen direkten Kontakt zu anderen Menschen haben. Das ist unter folgenden Bedingungen der Fall. Entweder diese Person hat einen ansteckenden Kranken und muss so lange abgeschottet von anderen Menschen leben, bis sie nicht mehr ansteckend ist. Oder diese Person hat vielleicht eine ansteckende Krankheit. Man weiss es aber nicht genau. Also muss diese Person so lange abgeschottet von anderen Menschen leben, bis man sicher sein kann, dass sie nicht krank ist. Die Tour der Quarantäne richtet sich nach der sogenannten Inkubationszeit einer Krankheit. Das ist die Zeit, die von der Ansteckung bis die ersten Krankheitssymptome auftreten. Beim Coronavirus zum Beispiel geht es maximal 14 Tage, bis man die typischen Symptome wie Husten oder Fieber entwickelt. Zeigt die Person nach zwei Wochen, keines von diesen Krankheitssymptomen darf man sie aus der Quarantäne entlassen. Wird sie krank, muss sie weiter drinbleiben. Aber von wo kommt das Wort Quarantäne eigentlich? Im Mittelalter gab es viele schlimme Krankheiten, die sehr ansteckend waren. Zum Beispiel die Pest. Zu dieser Zeit gab es noch keine Medikamente wie Antibiotika und viele Menschen sind an der Folge dieser Krankheit gestorben. Um zu verhindern, dass sich Pest an Land ausbreitet, hat die italienische Hafenstadt Venedig eine Regel eingeführt. Schiffe, die ankommen, mussten jeweils 40 Tage vor der Küste ankern, bevor die Passagiere die Stadt betreten durften. Das, weil man gedacht hat, dass kranke Personen nach 40 Tagen nicht mehr ansteckend sind. Die Zahl 40 heisst auf italienisch «cuaranta» und aus dem hat sich dann eben im Laufe der Zeit das Wort «Quarantäne» entwickelt. Aber nicht nur Menschen müssen in Quarantäne. Auch Tiere und Pflanzen können davon betroffen sein. Das ist meistens der Fall, wenn es von einem Land in ein anderes gebracht wird. Wenn zum Beispiel die Familie Meier in Australien Ferien machen will und ihren Hund mitkommt, muss er bei der Einreise mindestens 10 Tage lang in Quarantäne bleiben. So will man sicher gehen, dass er keine ansteckende Krankheiten auf Australien bringt. Wegen dem Coronavirus müssen jetzt gerade viele Menschen in Quarantäne leben. Sie müssen zu Hause bleiben und niemand darf sie besuchen kommen. Schwerkranke Personen werden im Spital in speziellen Isolierzimmer untergebracht, damit die anderen Patienten geschützt sind. Und in gewissen Ländern sind sogar ganze Städte unter Quarantäne gestellt worden, weil dort besonders viele Menschen das Virus haben. All diese Massnahmen haben das Ziel, dass sich möglichst wenig Leute anstecken und dass wir so alle schon bald wieder ein normales Leben führen können.